Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, ein neues Jahr ist angebrochen und doch sind die alten Sorgen noch da. Die Pandemie hat uns noch immer voll im Griff und so ist Abstand halten und Maske tragen nach wie vor das oberste Gebot der Stunde. 2021 kann und muss das Jahr des Wandels sein. Zurück zur Normalität, aber gleichzeitig der Aufbruch zu etwas Neuem. Der Aufbruch in eine klimafreundliche Zukunft. Der Aufbruch in eine Welt ohne Ausgrenzung, Unterdrückung und Gewalt. 2021 kann und muss das Jahr sein, in dem wir unsere Menschlichkeit zurückerlangen. Die Menschen in Moria und in den vielen anderen Lagern in der EU auf die EU verteilt werden. Die Polizei nicht weiter wegen Rassismus auffällig wird. Die Kriege dieser Welt ein Ende finden. Der Respekt, wie der Einzug hält. Tiere nicht mehr als Produkt behandelt werden, sondern als Lebewesen. Lebensmittel den Preis erhalten, den sie verdienen. Und die Regierungen dieser Welt die Klimakrise endlich ernst nehmen und diese effektiv bekämpfen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020